Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem RT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in diesem Video habe ich mal einen Windows-PC und das ist so ein typischer Vertreter aus den letzten Jahren. Das ist ein sogenannter Slimline-PC oder auch manchmal Mini-PC genannt oder auch als Barebone bekannt. Und das ist so eine Konstruktion von Herstellern, die sagten sich, okay, wir machen die Rechner jetzt ein bisschen kleiner, damit die sich besser verkaufen, damit es ein bisschen hipper aussieht, aber das ist eine totale Fehlkonstruktion, wie die meisten dieser Mini-PCs oder Slimline-PCs und da zeige ich jetzt mal warum. Die ganzen Jahre gab es ja früher diese Form des PCs, wie man den hier links sieht. Das sind eben Mini-Tower, Mini-Tower. Je nachdem gibt es in verschiedenen Größen, manchmal ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, aber prinzipiell, wie man im Vergleich dann jetzt eben sieht, sind die erkennbar größer. Ich drehe das mal so ein bisschen zur Seite, dann sieht man das auch nochmal von der anderen Seite. Der passt hier kaum ins Bild rein und ist natürlich eine Riesenkiste, ein richtiges Blechmonster und das sieht natürlich ein bisschen kleiner aus und da denkt man sich natürlich, okay, das ist eine super Weiterentwicklung, da hat sich die Industrie mal Mühe gegeben, aber das ist überhaupt nicht so der Fall und warum das so ist, da muss man sich einfach nur mal das Innenleben anschauen. Bei meinem sozusagen normalen PC, wie ich den hier links stehen habe, da sieht man dann, da ist jede Menge Platz drin oder auch jede Menge Luft, je nachdem wie man das sieht, wobei Luft ja eigentlich bei PCs eine gute Sache ist. Da ist natürlich auch dann Luft und Raum zur Kühlung, da gibt es auch keinen Wärmestau und hier bei meinem Gehäuse, was ich hier habe, sieht man hier oben, da sind auch hier so Lüftungslöcher drin, so ein Gitter, da kann ich Lüfter ranschrauben, muss man aber nicht. Hier hinten sieht man bei dem Gehäuse, da ist auch so ein Gitter, da kommt Luft rein, da hat es eine Zirkulation und hier ist nochmal ein großer Lüfter eingebaut. So etwas braucht man prinzipiell auch, hängt immer natürlich vom Prozessor ab, aber es ist natürlich immer gut, man hat eine gute Lüftung im PC, eine gute Kühlung. Bei diesen Mini-PCs oder Slimline-PCs sieht das meistens ein bisschen anders aus, da sieht man schon außen am Gehäuse hier unten, da sind ein paar Löcher drin zum Kühlen, zum Lüften, wo Luft rein oder raus kann. Oben komplett zu, auf der anderen Seite bei diesem Modell auch alles zu und so ist es bei den meisten Barebones oder Kleingeräten. Hier hinten, da hat es das Netzteil, da kommt dann die warme Luft idealerweise raus, aber vorne ist es auch ziemlich zugebaut, also hier kann keine Luft rein, hier ist eine große Platte und hier, das ist so ein bisschen gummiert. Ich mache das mal auf, kann man sich das besser mal von innen anschauen und so sieht so ein Slimline-PC, Mini-PC von innen aus und da sieht man schon im direkten Vergleich, hier ist wesentlich mehr Luft, hier ist mehr Platz zum Kühlen und hier ist alles ganz eng beieinander und heizt sich eben gegenseitig auf. Dieser Mini-PC, den ich jetzt hier stehen habe, der funktioniert auch nicht, der hat einen Defekt und da gucke ich gleich mal nach, woran das liegen kann. Wenn man den einschaltet, dann passiert da meistens nichts, manchmal geht er an, manchmal nicht, aber in letzter Zeit ist er gar nicht mehr angegangen und so wie es ausschaut, ist hier irgendwas defekt aufgrund von irgendeiner Überhitzung. Da muss man erst mal das Netzteil kontrollieren und das Problem ist aber, hier natürlich schon sieht man, okay, hier ist wieder ein anderes Netzteil eingebaut, das ist keine PS2-Bauform, wie sie hier unten drin ist. Das Netzteil sitzt hier oben, das ist natürlich erst mal eine gute Idee, Wärme steigt ja nach oben und die kann dann direkt rausgeblasen werden. So haben die sich vielleicht das auch hier so gedacht. Hier sitzt das Netzteil unten, das muss aber auch nicht schlecht sein. Bei meinem Standardgehäuse, da ist das Netzteil unten festgeschraubt und hier diese Füße, wie man hier sieht, die sind ein bisschen höher und ich drehe das Gehäuse mal ein bisschen so zur Seite und da sieht man hier unten im Gehäuse auch Löcher drin. Der Ventilator, der Lüfter von dem Netzteil, der sitzt ja hier unten, das heißt, der zieht Luft rein und bläst die hier hinten dann raus. Was ja nichts anderes bedeutet, als dass die Wärme, die hier entsteht, gar nicht irgendwo in das Gehäuse hier reinkommt, sondern die Wärme wird hier durch Luft, die unten reinkommt, direkt hier hinten rausgeblasen. Also dieses Netzteil, so wie es jetzt hier eingebaut ist, beeinflusst eigentlich die Wärme, den Wärmehaushalt von dem Rechner gar nicht oder nur eben ganz wenig, was hier oben über das Blech abgestrahlt wird. Bei dem Mini-PC ist das natürlich ein bisschen anders. Da sieht man den Netzteil-Lüfter, der sitzt hier innen, das heißt, der bläst die Luft von innen nach außen. Wo kommt die Luft her? Die sitzt irgendwo hier ganz diffus im Gehäuse drin. Die kann auch jetzt nicht irgendwo durch größere Öffnungen rein. Und hier unten ist die CPU und da entsteht natürlich auch Wärme, heißt also, die Wärme steigt hier nach oben und diese Wärme wird auch dazu benutzt, das Netzteil zu kühlen. Das funktioniert natürlich nicht so gut wie hier bei so einem richtigen PC. Der nächste Konstruktionsfehler bei diesen Mini-Geräten ist auch, dass die CPU meistens hier unten verbaut ist, heißt also Wärme, die entsteht, die heizt alles oben drüber mit auf. Hier oben drüber ist die Festplatte dahinter und hier habe ich dann noch ein optisches Laufwag. Einmal werden diese Komponenten sehr heiß, zum anderen wird der Prozessor dadurch natürlich auch heiß, da die Wärme ja nicht richtig abgeführt werden kann. Und das ist hier drüben auch nicht der Fall. Also mein Prozessor, der hier oben sitzt, der kann die Wärme abgeben. Entweder wird die direkt hier rausgeblasen durch diesen Lüfter, der hier links noch zu sehen ist, oder kommt einfach hier oben raus durch die Gitter. In einem anderen Video hatte ich ja mal ein Apple iMac G5 auseinandergeschraubt, so ein All-in-One-Gerät. Die Infokarte blende ich hier oben mal ein und da ist ja alles integriert in einem Gehäuse, wo der Monitor auch drin ist. Und das ist wirklich so eine Wärmefalle gewesen. Und sowas funktioniert immer mal ein paar Jahre, aber irgendwann gibt das Ganze seine Funktion dann auf und das Problem hat man eben auch hier bei so einem Gerät. Diese Geräte, die gibt es ungefähr seit 2005, 2006, 2007 in unterschiedlichen Bauformen und meistens findet man die in Elektroflächenmärkten. Da stehen die irgendwo im Regal, werden da angepriesen und viele, die natürlich sich so einen Rechner kaufen und auch relativ wenig Ahnung vom Innenleben haben, die denken, guck mal, schön klein, sowas kaufe ich mir diese alten Kisten, wie die hier drüben zu sehen sind. Die sind obsolet, braucht kein Mensch mehr, aber das ist so ohne weiteres gar nicht richtig, eher auch falsch. Und das sieht man auch, wenn man sich hier die Komponenten mal anschaut. Ich habe hier drüben mal ein Video laufen lassen, da sieht man Notebook-Technik, da habe ich verschiedene Notebooks auseinandergeschraubt und repariert und da kann man Komponenten tauschen. Wenn man hier mal reinguckt, was man hier sieht, ist ganz normale PC-Technik. Der Unterschied ist nur, dass das Mainboard selber eine andere Bauform hat. Hier unten sehe ich RAM, DDR-RAM, also das große, das ist nicht das kleine SO-DIMM-RAM, wie man das in Notebooks findet, sondern ganz normales PC-RAM, also wie es auch hier in dem anderen Rechner drin ist. Hier mein Prozessor, man sieht schon anhand des Lüfters, der hat auch den normalen Sockel für stationäre Rechner, heißt, der hat auch eine höhere Wärmeabgabe und in einem entsprechend kleineren Gehäuse wird das Ganze schon relativ kritisch. Da hätte man ja denken können, wenn man so ein Gerät kauft und guckt da nicht rein, okay, die Hersteller, die haben sich jetzt irgendwie in irgendeiner Form Mühe gegeben, haben Notebook-Technik hier eingebaut, dass die CPU weniger Leistung braucht, weniger Wärme abgibt, dass die RAMs auch weniger Wärme brauchen, dass da vielleicht ein anderes Netzteil drin ist, aber praktisch ist das ganz normale PC-Technik, die einfach nur miniaturisiert ist. Dieser Mini-PC, der funktioniert nicht und hinten am Netzteil hat der auch noch nicht mal einen Ein- oder Ausschalter, also der ist dann immer im Standby-Modus, sobald der Stecker drin steckt. Ich stecke den Stromstecker mal rein. Da läuft der Rechner direkt an, geht auch an, also ist eingeschaltet, ohne dass ich überhaupt irgendeinen Knopf gedrückt habe. und geht dann aus nach ungefähr 10 Sekunden und jetzt ist erstmal unbekannt, ob das jetzt hier normal ist. Manche Rechner machen das ja oder ob das ein Defekt ist und wenn ich hier vorne drauf drücke, auf den Einschalter, passiert da gar nichts mehr. Ich habe den Stecker noch mal rausgezogen und stecke ihn jetzt noch mal rein. Da läuft der Lüfter wieder an, diesmal ein bisschen kürzer und reagiert aber immer noch nicht, also das muss mal auseinander geschraubt werden. Der Nachteil von diesen Rechnern ist eigentlich auch in einer anderen Form die Größe. Viele, die so einen Rechner haben, die stellen sich den natürlich auf den Schreibtisch drauf. Sowas stellt sich ja keiner unter den Schreibtisch. Konnte man auch ganz schlechthin hier mit dem optischen Laufwerk oder wenn man mal was hier in USB reinstecken will, da muss man ja runterkrabbeln. Deswegen stehen die auf dem Schreibtisch und dann hat man sich jetzt im Gegensatz zu einem normalen Mini-Tower-PC die Lüfter auch noch direkt vor die Nase gestellt, also so wie er hier steht und dann hat man einmal diese Abluft mit diesem Staub immer auf dem Schreibtisch drauf und zum anderen natürlich auch die akustische Belastung, also diesen Lärm, der da erzeugt wird, den hat man direkt so in Kopfhöhe. Ich mache mal die Frontpartie ab. Die ist einfach nur aufgeklippt. Das hier ist ein ganz enormes Stück Plastik, ziemlich komplex designed und hier habe ich da noch mal eine Klappe, die jetzt irgendwie schon auseinander fällt und das will auch nicht mehr so zusammengehen und da sieht man hier ein normales CD-ROM, also diese normale Größe, hier unten die Lautsprecherbuchsen und ich baue zuerst mal das CD-ROM hier aus. Bei diesen kleinen Rechnern auf PC-Basis, da sind meist hier mehrere Schrauben, hier vorne eine, hier eine und da hinten und dann ist es ein kompletter Träger, den man rausnehmen muss, weil hier ist ja kein Platz mehr für ein Schraubenzieher, hier kann man ja nichts schrauben und dann kann man das entweder leicht oder schwer, in dem Fall ist es eher schwer, hier raushebeln. Da mache ich mal die Kabel ab und da sieht man jetzt diesen Träger, das ist also ein Metallträger, der geht hier einmal so unten rum und hier unten hat es dann die Festplatte und hier das optische Laufwerk, das ist ein ganz normales PC-Laufwerk, genau wie es hier oben drin ist. Die Platte ist auch eine normale 3,5 Zoll Platte, wie die hier in dem PC verbaut ist. Bei einem Mini-Tower-PC kann ich mehrere Platten einbauen, hier eben nur eine, aber so eine Platte, die wird eben auch sehr heiß, je nachdem wie lange die läuft und was man davon liest. Also wenn man viel von liest und schreibt, dann werden Platten wärmer, als wenn die einfach nur im Ruhemodus läuft, ohne dass man was von liest. Und hier habe ich die Möglichkeit, dass die Wärme natürlich nach oben aufsteigt und hier oben raus geht. Hier nicht, hier wird die Wärme einmal reflektiert von dem optischen Laufwerk, also die Platte wird definitiv heißer als Platten, die hier drin sind und das Laufwerk wird auch noch heiß, also hier findet praktisch keine Kühlung der Platte statt, ganz im Gegenteil, die wird dadurch noch erhitzt, dadurch, dass die hier so eingebaut ist und schaut euch mal das Video an mit dem iMac, da bläst der Lüfter des iMacs, des Prozessors direkt auch auf die Platte, drauf und auch da wurde die Platte sehr, sehr heiß, also das hier ist eigentlich gar nicht akzeptabel, diese Bauweise. Ich habe den Mini-PC wieder aufgestellt und hier waren meine Platte drin gewesen und mein CD-ROM und hier der Lüfter, der war eigentlich dadurch blockiert über Jahre, über die gesamte Betriebszeit. Ich stecke den Stecker mal wieder rein, gucken, was passiert. da bläst es erstmal hier den Staub durch den Raum, piept einmal kurz und geht wieder aus, das ist schon mal kein gutes Zeichen. Ich würde ja nur zu gern mal erstmal das Netzteil überprüfen, der ATX-Stecker, den sieht man hier zwischen, ganz schwer zu sehen und da kommt man so auch gar nicht hin. Da muss man erstmal diesen Käfig hier ausbauen. Mal gucken, da war eine Schraube drin, die habe ich schon gelöst auf dieser Seite und hier habe ich eine Riser-Karte, so sieht das aus. Die wird hier reingesteckt in den PCI-Bus und dann kann ich hier PCI-Express-Karten reinstecken, kleine, weil die natürlich hochkant nicht reinpassen. Das ist auch so eine Besonderheit bei diesen Rechnern, da werden die Karten dann letztendlich vertikal eingebaut und jetzt habe ich dann hier die Möglichkeit, den Stecker abzumachen. Den Netzteiltester habe ich angeschlossen, hier das Netzteil, hier unten dann nochmal das normale Molex-Kabel für die Laufwerke, hier das Zusatzkabel für die Hauptplatine und wenn man sich das anguckt, stellt man fest, das ist die ganz normale PC-Technik, PS2-Technik, ATX-Technik, wie man das nennen möchte, nur ein anderer Formfaktor ist das oder ein anderes Design und da hat es auch schon den Nachteil, wenn was am Netzteil sein sollte, also da muss man erstmal ein passendes, sinnvolles finden, was man auch bezahlen kann. Meistens sind die auch nochmal eine Ecke teurer als die normalen PS2-Netzteile, wie die hier drüben in dem Rechner drin sind und ich stecke hier den Stecker mal rein. Da piept es schon mal ein bisschen und hier fehlt mir eine 5-Volt-Spannung. Was hier ein Problem macht, das ist dieses 5-VSB, die 5-Volt-Standby-Spannung und das sind hier 5,9 Volt. Vorhin stand da auch FF, also dass es nicht feststellbar ist, jetzt sind es 5,8. Deswegen lässt der PC sich ab und zu mal einschalten, ab und zu mal nicht, also das Netzteil ist defekt, liefert hier eine ungeeignete Spannung und diese 5-Volt-SB-Standby werden dazu benötigt, den PC im Standby-Modus mit Strom zu versorgen und ihn dann einzuschalten oder damit man vorne den Schalter betätigen kann und der PC sich selbst einschaltet. Hier habe ich ein anderes Netzteil angeschlossen. Ich mache das mal an, hat auch den gleichen ATX-Stecker, in dem Fall 20-Polig reicht ja und da ist meine 5-Volt-Spannung im Standby-Modus 5,1 Volt. Da piept das Netzteil auch nicht und so muss das sein. Also hier hat es ein defektes Netzteil. Das hier ist der passende Wikipedia-Artikel zu diesen ATX-Netzteilen und hier sieht man 5-Volt-Standby und das ist das violette Kabel, was hier an dem ATX-Stecker dran ist. Hier auf der Rückseite, das ist dann dieses hier und diese Leitung ist hier eben defekt. Und da haben wir jetzt natürlich ein ziemlich großes Problem mit solchen Rechnern, mit solchen Individualkonstruktionen, verschiedene Hersteller. Da passen keine genormen Bauteile rein. Also das passt weder hier von der Höhe, von der Breite noch von der Tiefe rein. Also der Lüfter ist auch auf der falschen Seite. Das wird auch gar nicht kühlen, selbst wenn es rein passen würde. So ein normales ATX-Netzteil für den Rechner, das muss nicht besonders viel Leistung haben. Kostet vielleicht 20 Euro, vielleicht auch 30. Das kriegt man mit Sicherheit nicht für den Preis. Da gucke ich gleich mal nach. Aber so wie es ausschaut, macht da eine Reparatur sinnvollerweise keinen Sinn mehr. Das wird zu teuer. Und man kann sowas dummerweise auch nicht schnell mit Standard-Bauteilen reparieren, sondern muss sich da individuelle Bauteile bestellen. Ein eigenes Netzteil, das dauert auch wieder, ist natürlich dann alles umso länger. Und ich probiere erst mal mein Netzteil, was ich hier habe, mit dem Rechner aus. Ich habe das andere Netzteil mal angeschlossen, das funktionierende, was natürlich zu groß ist für das Gehäuse, aber zum Ausprobieren taugt das schon. Ich habe es mal eingeschaltet hier hinten. Der Rechner geht an. Das ist erst mal ganz normal. Das muss jetzt nicht negativ sein. Mal schauen. Und da gibt es auch schon ein Bild direkt. Also das liegt tatsächlich am Netzteil oder lag am Netzteil an diesen 5 Volt, die defekt waren. Der Rechner ist im Standby. Hier leuchtet das Licht. Ich habe den eben hier vorne ausgeschaltet. Hier vorne ist der Ein- und Ausschalter. Ganz schön laut. Also unangenehm laut. Und ich habe hier eine Tastatur. Hier und da kann ich mal versuchen, ins BIOS zu gehen. Aber ja, das funktioniert. Es lag tatsächlich eben an dem Netzteil. Aber wie man hört, sehr unangenehm beim Einschalten. Beim Betrieb ist es dann ein bisschen leiser. Aber der leistet ja momentan auch noch keine Arbeit. Das heißt, wenn man damit irgendwas macht, irgendwas berechnet, Videos rendert, dann wird der Lüfter schon lauter genauso, wie er jetzt hier zu hören ist. PC funktioniert wieder. Ich bin jetzt im BIOS drin. Platte ist ja keine eingebaut. Aber das Fehlerbild war ja auch ohne Platte da. Und der Fehler ist ja auch eindeutig hier an dem Netzteil. Ich gucke einfach mal, was so ein passendes Netzteil jetzt kostet. Solche Internetsteile mit verschiedenen Formaten. Gibt es ganz verschiedene. Da gibt es hier solche. Sieht so ähnlich aus. Könnte passen. Da muss man aber auch ganz genau schauen. Dann scrolle ich mal ein bisschen runter. Und hier habe ich ein 200 Watt Netzteil. Könnte auch passen. Aber wieder eine andere Bauform. Und ich schaue mal, was es hier noch so gibt. Das sieht ein bisschen schmäler aus. Das sind 450 Watt wieder für einen anderen Rechner. Das ist ein Asus Rechner hier. Ich schaue mal hier drüben. Und da gibt es auch noch andere internen Netzteile. Die sind so länglich. Also das passt jetzt definitiv nicht. Wenn man sich hier die Preise mal anguckt. Die meisten, die hier zu sehen sind, sind gebraucht. Hier will jemand 34,99 für ein gebrauchtes Netzteil haben. 38 Euro auch gebraucht. Und hier gibt es noch eins für 7,49 Euro. Naja, ob das passt. Ich glaube, das ist wieder ein anderes. Das passt wieder gar nicht. Hier unten gibt es eins. Das könnte passen. Das hat den Lüfter auch hier hinten. 76 Euro. Auch für ein Asus PC. Aber das lohnt sich alles gar nicht mehr. Da sieht man also das Problem. Die Industrie hat so einen Rechner hergestellt und macht das auch immer noch in irgendeinem komischen Formfaktor, der keiner Norm entspricht. Da kriegt man kaum Teile für. Selbst der Lüfter hier, der ist ziemlich schwer zu ersetzen. Wenn man das hier abschraubt, hier gibt es nochmal oben so ein Gehäuse. Das muss dann auch wieder unten auf den Sockel drauf passen. Und die genormten Sockel, die haben dann teilweise keine Halterung für diesen Abstandshalter. Das Mainboard sowieso, wenn man hier mal reinschaut, das hat hier so eine Aussparung. Also das könnte man auch nicht tauschen. Das Netzteil scheint es auch nicht mehr neu zu geben. Naja, die Auflage wird wahrscheinlich so gering gewesen sein, dass sich das nicht lohnt für andere Hersteller. Und wenn dann auch im Original, aber eben 70 Euro für so ein Netzteil oder auch 50 für gebraucht, was wahrscheinlich auch schon ein, zwei Jahre lief, das ist natürlich ein riesiges Risiko. Was hier passiert sein könnte, kann man ziemlich gut vermuten. Hier wird es eben sehr heiß drin. Die gesamte Wärme wird durch das Netzteil abgeführt. Hier durch diesen Lüfter, der hier läuft, kommt dann hinten wieder raus. Also die Wärme, die der Prozessor produziert, die geht hier hoch und erhitzt auch gleichzeitig nochmal hier die Kondensatoren innen drin. Ich vermute mal, hier ist ein Kondensator, der seine Funktion aufgegeben hat. Der ist vielleicht aufgequollen, wie auch immer. Vielleicht hat sich da auch was ausgelötet. Und dann hat man meistens den Effekt, dass bestimmte Leitungen hier nicht mehr die Spannung halten können. Kann man mit Sicherheit auch so reparieren, aber das lohnt sich noch weniger. In einem Netzteil irgendwas zu reparieren, das ist natürlich auch mal eine heikle Sache. Muss man nicht unbedingt. Also wenn man hier so ein defektes Netzteil hat, dann tauscht man es am besten direkt aus. Geht eben hier dummerweise nicht, wenn man sich sowas gekauft hat. Die Industrie freut sich natürlich. Viele gehen eben in den Elektromarkt, kaufen sich so ein Ding, denken, super klein, neueste Technik. Aber eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall. Alles zusammengequetscht. Alte Technik. Hier ganz normaler Kabel. Hier unten sieht man auch noch mal einen Riesenkühler auf dem Chipsatz. Das ist dieser hier unten. Da sieht man auch der Chipsatz. Der wird auch riesig heiß. Deswegen hat der Hersteller diesen Riesenkühler dann drauf gemacht. Anders macht man das ja auch nicht. Und das ist alles eigentlich, sage ich mal, relativ veraltete Technik. Der Hersteller, der freut sich natürlich, kann er wieder ein Netzteil verkaufen. Hier steht dann die Nummer drauf von diesem Netzteil. Kann man vielleicht anrufen, und kann es da bestellen. Wer weiß, was es da direkt kostet. Vielleicht 100 Euro neu, wenn es das überhaupt noch gibt. Da kann natürlich so ein Hersteller nehmen, was er will. Das ist natürlich immer praktisch, wenn es keine universalen Netzteile sind oder keine universalen Bauteile in so einem Rechner drin. Gleiches gilt natürlich auch für Apple. Schaut euch das Video mal an mit dem G5. Da ist alles individualisiert innen drin. Bis auf die Festplatte. Die kann man noch tauschen. Aber auch Netzteile, Lüfter, die sind ganz speziell angepasst. Und da muss man sich an den Hersteller wenden, wenn man da Ersatzteile haben möchte. Das ist natürlich der Traum eines jeden Herstellers. Fazit ist also, es geht eigentlich nichts über einen Minitower, über einen ATX Minitower mit standardisierten Bauteilen, so wie man das hier sieht, mit wirklich viel Luft drin, wo man nicht nur einfach Sachen noch dazu bauen kann. Darum geht es ja gar nicht in erster Linie, sondern dass es wirklich gut konstruiert ist, dass da auch die Wärme abgeführt werden kann, dass da keine Bauteile gebacken werden. Entweder die Festplatte wie hier drüben oder das Netzteil, was nochmal zusätzlich gebraten wird, eben durch die Abwärme von dem Prozessor, was hier ja gar nicht der Fall ist. Abwärme vom Prozessor steigt hier nach oben. Die Wärme des Netzteils, die wird hinten rausgeführt. Hier unten drunter sind, wie gesagt, Löcher und dann geht der Luftstrom so. Die Festplatte kann hier oben ihre Wärme abgeben und wird auch von unten durch nichts erhitzt. Also das ist eine alte Bauform, aber eine wirklich, die sehr gut gelungen ist und die auch noch lange funktioniert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt keinen Mini-PC oder keinen Barebone oder keinen Slim-PC und wie die alle heißen, mit irgendwelchen ganz merkwürdigen Netzteilen da innen drin. Ein Notebook ist ja noch leichter zu reparieren als sowas. Da kriegt man viel einfacher, zum Beispiel externe Netzteile. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einfach einen Daumen hoch, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke anzumachen, damit ihr keine Benachrichtigung verpasst. Auch nicht die für den Livestream. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die in die Kommentare. Da antworte ich gerne drauf. Guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung. Da findet ihr noch weitere Links zu so Netzteiltestern, zu irgendwelchen besonderen Ersatzteilen und besucht mal die Seite tooltime.de. Die seht ihr hier drüben. Auf der Seite tooltime.de findet ihr noch hunderte andere Artikel zum Thema Drucker, wie man die repariert, wie man Festplatten kloot, Windows 10, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert Handys, wie man Monitore repariert, über PC-Technik, über Netzteile, Mainboards und so weiter, Gaming-PCs, Gamer-Grafikkarten, auch über Apple, iMac. Schaut euch einfach mal um. Da sind auch noch jede Menge Sachen für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs oder Windows 10 Probleme behebt. Da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und entstandsetzt von Canon, Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal. Da sind auch noch jede Menge Videos für euch.